X-Stürmer Nicolas Anelka hat verraten, bei welchen seiner zahlreichen Klubs es ihm am besten gefallen hat. Eigenen Angaben zufolge habe er bei den Bolton-Wanderers besonders viel Spaß gehabt, das war die beste Zeit meiner Karriere, erklärte der ehemalige französische Nationalspieler und begründete, es hat Spaß gemacht, mit LHG Diouf und vielen Franzosen zusammenzuspielen. Der Fußball war sehr einfach, Kicken rasch. Man musste nicht viel dribbeln, sondern kämpfen. Ich wusste, dass der Ball früher oder später hoch in den Strafraum kommen würde. Dann musste ich meine Chance nutzen, Nicolas Anelka spielte für die ganz großen Anelka spielte zwischen 2006 und 2008 bei Bolton. Für die Wanderers erzielte er 23 Treffer in 61 Spielen. Insgesamt lief der Angreifer in seiner Karriere für 12 Vereine auf. Punkt. Darunter Schwergewichte wie Liverpool, Manchester City, Chelsea, PSG und Real Madrid. Punkt.